Die Gesellschaft in Deutschland wird immer älter. Prognosen zeigen, dass der Anteil der über 65-Jährigen bei 29 Prozent liegen wird. Für ein möglichst sorgenfreies Leben spielt die Gesundheit eine enorm wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Rolle. Gegründet 1982 in Bonn, setzt sich Medisana, ein dynamisches und innovatives Unternehmen, seit rund 40 Jahren für die Gesundheit der Menschen ein und vermarktet weltweit Gesundheits- und Wellnessprodukte. Aber was heißt das eigentlich? Und welche Herausforderung hat Medisana während der Corona-Pandemie zu bewältigen und welche nachhaltigen Veränderungen haben sich daraus auch in Sachen Change Management für das deutsche Unternehmen ergeben? Wir finden es heraus. Ihre Vision lautet Deine Gesundheit in guten Händen. Was kann ich mir darunter vorstellen? Mit unserem Magenversprechen Deine Gesundheit in guten Händen wollen wir die Menschen befähigen und dabei unterstützen, ihre Gesundheit zu kontrollieren und in die eigenen Hände zu nehmen. Wir verstehen Innovation als ganzheitlichen Ansatz, weniger im Sinne von Technical Breakthrough. Das heißt, Innovation kann von überall her kommen, ob das jetzt von unserem Headquarter kommt, von unseren Lieferanten, von unseren Teams in Neuss oder unseren Ländern. Welche innovativen Ideen hat Medisana dahingehend entwickelt oder wird in Zukunft entwickeln? Wir glauben, dass ähnlich wie in anderen Bereichen, zum Beispiel der Bodenreinigung oder auch beim Rasenmähen, Roboter immer mehr in die Haushalte kommen werden. Insbesondere wenn man sich das Thema Gesundheit anschaut oder ältere Menschen, die alleine leben, dann brauchen die natürlichen Begleiter, der für Sicherheit sorgt, der sie ans Trinken erinnert, der sie an die Gesundheitsfürsorge erinnert, vielleicht aber auch ein bisschen Entertainment macht, also einen quasi Begleiter. Und wir als Medisana haben ein Roboter im Angebot, den wir aktuell an Altenheime und auch an Krankenhäuser vermarkten, der schon viele Funktionen kann. Also im professionellen Bereich fängt es jetzt an mit der Robotik und da sind wir führend im Markt. Im Jahr 2015 wurden Sie von der chinesischen Ogawa Group übernommen. Worin zeichnet sich diese Kooperation aus und wodurch profitiert der Kunde am Ende? Eine finanzstarke Muttergesellschaft bedeutet zunächst mal Spielraum für Investitionen in Innovation, Marke und Vertrieb. Die Acquisition von Medisana ermöglicht Ogawa, die zu den Konsumenten zu kommen. Dieses Jahr ist es 6. Jahr, nach Medisana zu joinen Ogawa-Family. Wir haben bereits die Veränderung gefühlt. Wir sind sicher, dass Massage wird mehr innovativer Produkte, um die Menschen besser und mehr komfortabel zu machen. Dabei obliegt die operative Verantwortung dem lokalen Management, also der Medisana GmbH, die gleichzeitig auch noch einige globale Funktionen wahrnimmt, als da sind Produktmanagement, Qualitätsmanagement und Marktmanagement. Vertikale Integration mit eigener Entwicklung und eigenen Fabriken im Haus bietet Know-how aus erster Hand und die Möglichkeit, agil am Markt zu agieren. Was sind denn die aktuellen Kundenbedürfnisse und wie könnten die sich in Zukunft erweitern oder verändern? Also der Kernpunkt ist gerade das Thema Sicherheit und Qualität. Das ist natürlich getrieben durch die Corona-Pandemie aktuell. Das sehen wir bei den starken Abverkäufen unserer Gesundheitsprodukte wie FFP2, Artenschutzmasken und unsere Medizinprodukte natürlich. Dann der nächste große Punkt ist das Thema, der Konsument befindet sich gerade im Dauerstress, auch wieder Pandemie getrieben. Das Thema 24-7 ist da das Stichwort. Die Leute müssen rund um die Uhr erreichbar sein im Homeoffice. Die müssen sich um den Haushalt kümmern, um die Kinder kümmern. Das heißt, sie suchen aktiv eigentlich nach Lösungen für Entspannung, Antistresshilfen, Schlafhilfen. Wir haben schon früh begonnen. Wir sind da Innovationstreiber in dem Markt, unsere Geräte mit Smartphone-Apps zu verbinden. Und wir haben gelernt, dass die Messgeräte, wenn sie funktionieren wie früher, also wenn sie Knöpfe haben und wenn sie eine ganz klare Bedienbarkeit haben, aber gleichzeitig per Bluetooth zum Beispiel die da zum Smartphone setzen, dann kann jeder das Gerät noch bedienen, weil es genauso bedienbar ist wie ein normales Standardgerät, aber gleichzeitig die Funktionen mit der App nutzen. Und bei uns nutzen mehr als anderthalb Millionen Kunden unsere App. Das ist also ein ganz großer Markt, der sehr stark wächst. Und wir glauben, in Zukunft wird es noch mehr in diese Richtung gehen. Also einfache Nutzung und gleichzeitig möglichst viel rausholen aus der Digitalisierung. Die Medisana ist eine Anbieterin von Produkten der Gesundheitskontrolle, von Wellness und auch von Körperpflege. Und dabei liegen unsere speziellen Kernkompetenzen und Schwerpunkte auf Massage und mobiler Gesundheit. Historieure